Das Berufskolleg St. Michael aus Ahlen hat sich im Jahr 2016 mit dem Projekt Firmung in der Schule am Bonifatiuspreis beteiligt. Mit großer Freude haben wir damals die Nachricht vernommen, dass wir unter den 123 Bewerbern als Preisträger hervorgingen. Vieles hat sich seitdem verändert. So haben in den letzten drei Jahren weitere Schulen das Projekt Firmung an der Schule übernommen. Zudem hat das Bistum Münster eine eigene Arbeitshilfe herausgegeben unter dem Thema, weil Gott auch auf dem Schulhof ist. Schon innerhalb kürzester Zeit fand diese Arbeitshilfe eine weite Verbreitung, weit über die Grenzen des Bistums Münster hinaus. Sie möchte all jene Religionslehrer, Schulseelsorger und pastorale Mitarbeiter unterstützen, die sich erstmalig diesem Anliegen zuwenden. Auch eine Masterarbeit hat das Thema der Firmung in der Schule aufgegriffen und dies wissenschaftlich aufgearbeitet. So gesehen hat der Bonifatiuspreis dem Anliegen zu großer Nachhaltigkeit verholfen. Wenn auch Sie eine zündende Idee haben, wie Glaube in der heutigen Zeit weitergegeben werden kann, so bewerben Sie sich um den Bonifatiuspreis 2019. Es lohnt sich. Bereits heute drücke ich Ihnen dazu beide Daumen. Ihr Johannes Gröger aus Ahlen